Ja, hallo, lieber Besucher. Es freut mich sehr, dass du mich gefunden hast. Und hier auf diesem Kanal werde ich dir einfach einen Teil von meinem Leben näher bringen. Denn ich habe absolut meine Berufung gefunden. Ich darf Menschen trommeln, singen und tanzen näher bringen. Ja, das macht total Spaß. Nur leider bin ich, was heißt leider, ich bin auch gerne weg, weil ich liebe es, schöne Gegenden zu sehen. Allerdings, meine Familie zu Hause möchte auch was immer sehen. Und darum habe ich mir gedacht, ich nehme einfach schöne Gegenden auf und mache da ein paar Übungen. Ihr könnt Tipps von mir haben. Wenn ihr mehr wollt, einfach hier irgendwo ist der Button abonnieren. Dann abonniert mich und ich würde mich freuen. Und vielleicht sieht man sich live mal. Ich wünsche euch ein groviges Leben.